Ich bin Bäckermeister Joan Bouffard. Zum ersten Mal hatten wir eine sehr sympathische Praktikantin aus Ostbrandenburg und schon die ersten Tage mit ihr waren wirklich eine tolle Erfahrung für mein ganzes Team. Ich bin Lilli und ich mache gerade mein zweites Auslandspraktikum in Südfrankreich in einer Bäckerei bei Joan Bouffard. Es ist eine super tolle Erfahrung. Es sind komplett andere Arbeitsabläufe. Ich habe tolle Kollegen. Ich lerne so viel Neues dazu. Es sind andere Bäcke als in Deutschland. Ich bin sehr froh, dabei zu sein. Musik 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 Musik